Warnung. Das folgende Video enthält dumme und gefällige Aktionen. Wir raten euch, diese Bestrafung bzw. eigentlich das komplette Video nicht nachzuhaben. Dennoch wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video. Tag Leute! Coinshink ist wieder angesagt. Und da bist du Lunders und komm zu einem neuen Video! Und zwar spielen wir mal wieder Two Schinken! One Car! Baby Edition! Du bist doch ein Baby Edition. Ja, wir befinden uns hier repräsentativ für den Film The Boss Baby. An dieser Stelle auch mal Danke an 20th Century Fox. Für die Zusammenarbeit, Freunde, und wer Two Schinken One Cup nicht kennt, Freunde, ich packe euch die Playlist in die Infobox. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir müssen Aufgaben meistern und der Verlierer kriegt eine Bestrafung aus dem Two Schinken One Cup Cup. Die Bestrafungen sind von euch, also von Instagram und der Verlierer, würde ich sagen, wird dann bestraft. Und das muss natürlich auch wieder du sein. Und hoffentlich nicht dreimal ich. Also die letzte Folge Two Schinken One Cup, ich erinnere mich, habe mich ausnahmsweise mal gewonnen. Lasst auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein Däubchen nach oben da, wenn ihr Two Schinken One Cup wieder regelmäßiger sehen wollt. Und ich würde sagen, fangen wir mit der Rippt an. No, Rippt! Fangen wir mit der ersten Disziplin an, und zwar dem Schätzeln! So, wir haben das Thema Baby. Okay? Oh. Also, wie viele Windeln pro Jahr braucht ein Baby? Ein Baby Windeln pro Jahr. Alter, keine Ahnung. Bist du bereit, Max? Ja, bin bereit. 390.000! Max, nein. Hä, warum eine pro Tag, halt? Max, er geht bloß ein bisschen mehr. Eine Windel pro Tag! Ja, warum nicht? Ja, wie oft scheißt dein Kind? Keine Ahnung, halt. Also, ein Tag am Tag. Wie sind's? Also, ein Kind verbraucht ungefähr am Tag fünf Windeln. Wow! Ja, ich habe alle gerechnet. Sind dann 1.800. Ah, oh, scheiße! Oh, 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 oh. Aber ich finde, Babys in Windeln sehen eigentlich ganz geil aus. Bam! I'm the boss. Äh, super. Werde ich wieder bestraft, Mann? Ja. So, dann geht's Max jetzt zum ersten Mal in den Kragen. Oh, was kannst du gut wieder sein? Nein, was kann das so gut wieder sein? Mein Habe entfernen von der... ...Marie... 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 So, Freunde. Wir haben hier von Wind Kaltwachsstreifen. Ich bin mal gespannt. Aber wenn es ja jetzt Sommer schon wieder bald. Wie geht denn das eigentlich genau? Fuck, ich muss nach Brasilien. Ja, das ist schön peinlich. Ach, nein. Du musst doch wohl ein bisschen warm in, Alter. Du kannst doch nicht kalt drauf machen. Ach so. Eigentlich nach Kaltwachsstreifen. Welche jetzt? Ja, egal welche. Ist egal welche. Mach's hier vorne. Ich würde sagen, hier. Direkt an der Wade. Sollen wir zwei machen, wenn ich schon zwei hab? Nein! Bitte nicht, Aua. Bitte nicht, bitte nicht. Alter, ich freue mich drauf. Alter, halt die Fresse. Was meinst du, wie es das jetzt gleich wegreißen wird? Danke, Marie, für die gute Bestrafung. Scheiße, du mir jetzt schon tschüss. Und ich würde sagen... Drei, zwei, eins. Ah! Oh, ja, war gar nicht so schnell. Nein! Yes! Du Abfall, Alter. Ah, schon ein paar rausgerissen. Ah, was nochmal? Wir müssen nochmal. Alter, nein, bist du dumm. Das war das Richtige. Das war nämlich das Falsche. Die gehen nicht beide. Junge, ich mach doch einfach... So, Freunde. Das ist der Richtige. Da war viel mehr Wachs dran. Ich glaube, ich müsste von unten nach oben. Ich schreck an. Drei, zwei, eins. Ah! 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 Da kamen trotzdem nicht so viele weg. Alter, trotzdem ist das Sauweh. Ah! Da muss ich mit so einem Loch rumlaufen im Brasilien. Wie scheiße ist das denn? Ja, Max, du musst einfach ein bisschen besser spielen. Da passiert sowas nicht. Jetzt kommen wir erst zur richtigen Disziplin. Und zwar Baby-Milch-Trinken! So, Freunde. Wir sind bereit. Die Flaschen sind gefüllt mit 300 Milliliter Milch. Und ich würde sagen, ich mache den 2 Minuten. Wer zuerst leer hat, gewinnt. Max, ich hoffe, wir werden unseren Latz nicht brauchen. Wahrscheinlich. Also, Carina, dein Kommando. Drei, zwei, eins. Los! Da kommt ja gar nichts raus! Das ist ein Safer-Spiegstau. Das ist mir richtig zu. Stopp! Aufhören beide auf! Doch! Alter, wie kriegen die das denn leer? Hm. Indem es nicht so hunderttrinken. Boah. Ja! Du, hau, Baby! 2, 0, Baby, 2, 2, 0. 2, 0, Baby, 2, 2, 2, 0. Wie können Babys das so schnell trinken? Das ist schon echt. Ihr denkt jetzt mal zu Hause, das ist ja übel easy. Aber das ist übelst schwer. Alter, mir tut alles weh hin. So, der Pokal bleibt heute, glaube ich, in meinen Händen, Max. Ich habe es eigentlich schon verloren. Ja! Was ist die nächste Bestrafung? Baby-Brei essen. Oh! Alter, ich hasse dich. Und da war die Carina einkaufen. Wir wissen bis jetzt noch nicht, was sie gekauft hat. Ich habe extra für Max Wildlachs gekauft. Oh, Bäh! Wildlachs! Ah, ich muss nicht das ganze Ding essen. Ich habe auch noch keine. Exakt keine. Ihr wisst nur Max, der hasst dich. Alter, ich muss doch jetzt nicht alles essen. Ohne Witz, das dauert. Also, ich wollte sagen, wir beschränken uns auf 3 Löffel. 3 Löffel. Es hat ein bisschen Puss hier, ein bisschen... Alter, natürlich, also ich esse das nicht ganz. 3 Löffel. Wildlachs mit Gemüse. Wir einigen uns jetzt auf 3 gehäufte Löffel. Ich bin gespannt. Alter, wie es aussieht. Boah, wie eckig das riecht. Boah, wie eckig das riecht. Hau es dir rein. Alter, ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen. Alter, ich würde es auf einen Löffel. Ich wollte es auch nicht kurz. Komm, Max. Alter, ich würde es wieder auf einen Löffel. Mach mal einen, weil du so ein Lappen bist und wenigst kannst. Gott sei Dank. Du bist schon genug gestraft. Scheiße, trau mich nicht. Ich kann es nicht. 3, 2, 1. Runter, runter. Schluck. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geh. Geh aufs Kloch. Geh aufs Kloch. Alter, wie kann man sich sowas? Ich muss spucken allein von dem Gedanke. Boah. Boah, ich kann. Boah. Ich kann mir sowas seinem Kind antun, Alter. Alter, mir geht es ganz richtig schnell. Du hast schon nie was gekannt. Alter, das schmeckt das ekelhaft. Ich hätte es noch nie. Boah, nee. Alter, du hast ihn mal runtergeschluckt. Alter, das ging auch nicht. Das war mega eklig. Ich, wirklich, glaubst du mir, das ist mega eklig. Boah. So, Max, heute sieht es ganz danach aus, als würdest du schon wieder verlieren. Aber wir wollen uns natürlich die letzte Disziplin trotzdem noch anschauen. Und dafür müssen wir nach draußen, Freunde. Und wir sehen uns gleich wieder. Wuhu. Jo, Leute, kommen wir zur letzten Disziplin, und zwar zum Bobbycar-Rennen. Genau, wir haben den ultimativen Track aufgebaut. Und ich werde Max jetzt erstmal hier schön... Glaube ich nicht. Weil es kann ein bisschen Bobbycar fahren. Glaube ich nicht. Doch. Auf jeden Fall, beten wir uns jetzt. Wer zuerst den goldenen Count erreicht, hat gewonnen, Freunde. Let's go. Schreiten wir zur Disziplin. Hey. Schreiten wir zur Zeit. Schreiten wir zur Zeit. So Leute, die Strecke ist angerichtet. Das Ziel ist der goldene 2-Shank-1-Cup-Pokal dahinten, natürlich, das Kommando gibt Carina und dann würde ich sagen, Magda, let's the race beginn, ich zerstör dich hart, ich mach dich sowas schon kaputt, du hast nur so ein blaues, billiges Brot. Drei, zwei, eins, los. Ja, 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 Max, guck mal, Max, guck mal, Max, guck mal, Max, guck mal. So die Scheiße, ich wollte nicht mehr schummeln. Wannst du, was ich machen wollt? Ich wollt so fahren. Du hast versagt, ich hab gewonnen. Max hat versagt, ich hab gewonnen. Chris gewinnt. Und wie schmeckt die Niederlagen her? Scheiße, seid bestraft, Mann, gar kein Bock, weh. So, Freunde, die Bestrafung kam natürlich von euch und ich würd sagen, wir sehen uns wieder bei der Bestrafung, Freunde. So, Freunde, Max, dass du dich nicht schämst. 3-0 verloren. 3-0. Das kann doch nicht sein. Wie geht das? Ja, in dem du einfach schlecht bist und ich würd sagen, die letzte Bestrafung gehört nochmal dir. Ja, toll, was habt ihr euch noch rausgesucht? Wo ist Ei an den Kopfschlag von x.cxlinx.x- Ich liebe dieses Format. Danke dafür. Wenn euch das Format gefällt. Genau, lasst den Daumen noch oben da und schreibt uns auf unseren Instagram-Accounts. Wenn wir dann Bilder posten, dazu könnt ihr uns die Bestrafung da kommentieren. Kann eh alles halb so wild sein wie diese scheiß Babybrei, Alter. Das war so eklig, Freunde. Ach, Max. Boah. Also, Freunde, hier ist ein Ei und das hat der Max jetzt richtig verdient. Ach, Mann. Bei einer 3-0-Niederlage kann man das schon mal richtig schön aufs Gesicht schlagen. Du bist nicht, Alter. Scheiße. Guck mal, mein Anzug ist voll. Nein, die Kissen auf. Nein. So, Max, was willst du noch sagen? Auch wenn ich jetzt 3-0 verloren hab, Chris, ich hab dich trotzdem. Nein. Niemals. Nein. Du meinst doch nicht. Uns lieb haben. Nein, das ist widerlich. Boah, Freunde, Baby Edition erfolgreich abgeliefert. Genau. Ja, Leute, wenn ihr noch mehr so Geschwisterkämpfe sehen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall den Film The Boss Baby empfehlen und der kommt wann, Popsmann. Am 30.03. in den Kinos. Ab Donnerstag, Freunde. Zieht euch den rein, der ist mega, mega lustig. Wir haben ihn uns auch schon angeguckt. Und ja, es war einfach eine Reise ins Kino, Bär, Freunde. Genau. Boah, danke auf jeden Fall nochmal an. 27 Refolgs für die Zusammenarbeit. Und, Freunde, geht ins Kino. Ja, und lasst euch, wie immer, dann bleib ich nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr öfters 2 Shake 1 Cup sehen wollt. Hier oben geht's zu unserem letzten Video. Hier geht's zum Video von Carina. Danke nochmal hinter der Kamera. Hier geht's zum letzten Vlog und hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Leute. Keulen schwingen nicht vergessen. Ciao.